Urlaub am Mittelmeer. Herrlich. Was heißt hier Urlaub, Frankfurt? Nix da. Europa League steht an. Ja, aber jetzt lass mich doch erst mal entspannen. Also, willst du dich nicht aufs Spiel vorbereiten oder so? Vorbereiten? Gegen Olympiakos? Ja. Ist das ein Witz? Siehst du uns etwa lachen, Frankfurt? Oh Mann. Und das war's mit der Griechenland-Idylle. Ja, ganz richtig, mein Freund. Hier wird nämlich heute der Hexenkessel angezündet. Wir sind laute Fans gewohnt. Was? Achso, im Vergleich zu uns ist das bei euch Kindergeburtstag. Mann, komm, halt's Maul. Wir gewinnen jetzt schnell und dann geht's wieder zurück ins schöne Frankfurt. Ja, ja. Ich sag nur, Tabellenführer aus Griechenland gegen Platz 14 aus der Bundesliga. Scheiß auf Bundesliga. Für uns zählt nur Europapokal. Laber nur weiter. Wir führen mit 1 zu 0. Tut ihr nicht. Wir haben schon ausgeglichen. Wäre ein Punkt für euch okay, Frankfurt? Nix da. Wir spielen auf Sieg. Oh, so ist das also. Das wird euch nicht gelingen. Na klar. Der Hauge wird's regeln. Ach ja? Was macht dich da so sicher? Naja. Der hat vor der Einwechslung gerade einen Kilo griechischen Joghurt gegessen. Was? Hallo Olympiakos. Oh oh. Oh Mann ey. Wir waren so nah dran. Tja, die Last-Minute-Eintracht hat wieder zugeschlagen. Hehehehe.